Hallo miteinander, ich bin gerade bei Müllemann hier und wir haben jetzt gerade den ersten Clip fertig gedreht, der am Montag rauskommt. Und ich habe eigentlich noch niemandem wirklich gesagt, wann mein Album rauskommt. Und jetzt möchte ich das Geheimnis langsam aber sicher noch mal lüften. Mein Album kommt am 15. Februar raus und das ist dann überall auf iTunes erhältlich. Und ab dem Montag der nächsten Woche rufen wir die ganze Promo-Phase ein. Und ich hoffe ihr seid am Start und ihr werdet mich supporten. Weil es wartet ein wirklich cooles Album auf euch mit super Beats, die ich viel selber gemacht habe. Mit Beats von anderen Produzenten, mit super Gastrappern und es ist ein wirklich geiles Album geworden. Und es wäre geil wenn ihr mich unterstützt. Bis zum nächsten Mal.